Heute vor zehn Jahren haben die Bauer sucht Frau Stas Bruno und Anja geheiratet. Inzwischen ist viel passiert im Leben der beiden, aber bis heute sind sie sich einig, sie würden es immer wieder tun. Regnitzlosau-Trogenau Heute vor zehn Jahren hat es in Regnitzlosau eine Hochzeit gegeben, die später über sechs Millionen Menschen im Fernsehen gesehen. Haben Bauer sucht Frau Publikumsliebling Bruno Rau gab seiner Anja vor hunderten Gästen das Ja-Wort. Während der dritten Staffel des RTL-Erfolgsformats hatte die Region dem damals 44-jährigen Wochen lang die Daumen gedrückt. Mit Erfolg! Bruno hat sein Glück gefunden. Die Arzthelferin brach damals ihre Zelte im Rheinland ab und zog auf den Hof im Regnitzlosauer Ortsteil Trogenau. Zum zehnten Hochzeitstag plaudern die beiden im Gespräch mit der Frankenpost aus dem Nähkästchen. Sie schauen zurück und nach vorn. Und vor allem schauen sie einander an. Denn bis heute sind sie schwer verliebt. Rückblick Was seine Traumfrau betrifft, wusste Bruno Rau schon vor seiner Teilnahme bei Bauer sucht Frau genau, was er will. Für ihn gab es drei Ausschlusskriterien und eine Bedingung. Nicht zu klein sollte sie sein, nicht zu dünn, keine roten Fingernägel haben. Und sie musste kochen können. Wenn man ihn heute daran erinnert, muss er zwar herzlich lachen, aber er sagt, stimmt. Meine Anja ist genauso. Apropos kochen. In der Küche gibt es eine klare Aufgabenteilung. Für die Klöße ist Anja zuständig. Die Zubereitung hat ihr Bruno gezeigt. Nicht ganz uneigennützig, denn er liebt die Beilage. Diese Liebe teilt Rheinländerin Anja zwar nicht. Aber natürlich koche ich meinem Schatz seine Klöße. Brunos große Stunde in der Küche schlägt, wenn Weihnachten vor der Tür steht. Dann backt er Stollen, nach altem Familienrezept. 50 Kilo Teig verarbeitet er. Backen lässt er die Stollen beim Bäcker. Wenn Bruno Stollen backt, dann ist er aufgeregt. Ich darf maximal assistieren, sagt Anja. Und Bruno? Lachen kann ich erst wieder, wenn die Stollen zu Hause sind und keiner zerbrochen ist. Der Aberglaube, es gebe einen Toten, wenn ein Stollen zerbricht, sei einfach zu tief in ihm verwurzelt.